Maya, die Kraft der Täuschung Kommentar zum Viveka Chudamani, Vers 108 von Shankara Chaya Shankara schreibt Maya, die scheinbare Welt, als die täuschende Kraft des Höchsten wird auch unmanifest, unwirklich, unoffenbart Avyakta genannt. Sie ist in ihrem Wesen anfanglose Unwissenheit. Sie besteht aus den drei Gunas, den drei Eigenschaften der Natur. Sie ist jenseits von Raum und Zeit und nur von den Weisen an ihren Wirkungen erkennbar. Durch sie wird das ganze Universum erschaffen. Ja, jetzt geht es darum, was ist eigentlich Maya? Diese Welt, die wir wahrnehmen, ist sie wirklich, ist sie nicht wirklich? Shankara sagt hier, sie ist eine scheinbare Welt. Sie existiert nicht so, wie wir sie wahrnehmen. Er sagt, sie ist die täuschende Kraft des Höchsten, Paramesha Shakti. Also, auch in dieser Maya wirkt Brahman. Brahman ist Paramesha. Brahman hat eine Shakti und diese Shakti ist die Illusion und diese schafft dieses Universum. Sie ist zunächst einmal unmanifestiert und unwirklich. Wirklich die Maya zu verstehen, kann keiner. Sie ist anfanglose Unwissenheit. Nur durch die Maya vergisst du, wer du wirklich bist. Sie besteht aus drei Gunas, Sattva, Rajas und Tamas. Alles in diesem Universum ist entweder sattvik, erhebend und leicht, ist rajasig, unruhig oder tamasig, träge, nach unten gehend. Sie ist ursprünglich jenseits von Zeit und Raum und wir können das Wesen der Maya nicht wirklich verfassen. Wir können nur sagen, durch die Kraft der Maya nehmen wir ein Universum wahr. Und so ist die Maya letztlich die Kraft, die das ganze Universum erschaffen hat. Und so ist die Maya nicht wirklich verfassen.